moin moin jungs wieder euer hydra am start und kein scheiß jungs ich habe gesündigt ich habe anders gesündigt ich bin so ein ekliger mensch ob man mich überhaupt als mensch bezeichnen kann ist fraglich was habe ich ihm getan ja jungs schaut das ganze wende ich habe nie wieder das recht nicht über lobbies oder irgendetwas zu beschweren auch bei der weg das ein bisschen gekassert weil ich habe nach genau diesen kind hier kein klima die runde gemacht und scheißen alter ich bin so ein ekliger mensch ihr werdet das noch sehen aua 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 ich will 70 sagen aber es hat mir gefallen okay es hat mir gefallen scheiße ich bin so ein ne mann halt ich wiederhole mich an den richtigen sprung in der schüssel mann also meiner klopfschlüsse versteht sich aber scheißen alter ich weiß noch nicht da gesagt als typisch mit pumpe wollte er die pumpe die ganze spiel brecci ich darf mich nie der brett jeder im geld aufregen aber jungs schaut sich einfach an schlacht hat mich später später für die kommentare schreibt einmal du ich meine du nicht so netter mensch in die kommentare liebes bescheid man hört sich euer hydras raus lasst mir trotzdem like da weil leiker ist mein lifestyle aber aua aua ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute.